Schmitt erinnerte an den Weg zur Wiedereinführung der Länder auf dem Gebiet der DDR. Morgen besuchen wir im Länderreport Hamburg und Berlin und schauen nach, wie es dort um die kreativen Milieus bestellt ist. Am Mikrofon verabschiedet sich Julia Stucke. Ihnen noch einen schönen Tag. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Entwicklung von Atomwaffen und ihre wissenschaftliche Unterstützung über die gesamte Lebensdauer. Dank Diana Weise. Sie hören MDR Info. 15 Minuten den neuesten Stand der Welt. Dazu Berichte und Hintergründe. Alles Wichtige vom Sport immer 10 nach halben. Und die Börse kurz vor Viertel. MDR Info. Bei uns passiert unter anderem folgendes. Es beschäftigt uns der illegale Datenklau für einen guten Zweck. Gewissermaßen über die juristischen Fallstricke wollen wir sprechen mit einem Experten der Universität Frankfurt. Und wir fragen, ist Salat etwa alles andere gesund? Und zieh dich oben aus verschiedenen Supermärkten. Und zieh dich oben aus verschiedenen Supermärkten. Ich frage mich gerade über einen kleinen gelben Sack, der hier im Kakadu-Studio liegt. Da ist ein grinsendes Gesicht drauf gedruckt und ein Zettel hängt dran. Moment. Tim, drücke den Sack und höre, was passiert. Soll ich? Na, ich bin neugierig. Ich traue mich und drücke. Ach, das ist ein Lachsack. Aber, aber Moment mal. Was ist das denn? Da am Fenster erscheint auf einmal ein seltsames Wesen. Knallrote Strubbelhaare, gelbe, runde Nase. Also ein Mensch ist das nicht. Wer bist denn du? Ich bin ein Lachling. Ich wohne im Lachsack.